Was bleibt eigentlich am Ende des Tages, wenn du deinen eigenen Online-Shop führst, an Gewinn übrig? Das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Kevin Helfenstein und in diesem Video möchte ich dir einmal schwarz auf weiß direkt in der Praxis zeigen, wie viel Geld du mit deinem eigenen Online-Shop verdienen kannst und vor allem, was nach Abzug aller Kosten überhaupt für dich übrig bleibt. Und dabei werden wir auch berücksichtigen, wie viel an Transaktionskosten weggehen, wie viel an Produktkosten weggehen, wie viel an Werbekosten weggehen und nicht zu vergessen, wie viel auch an Steuern und weitere Umkosten wie Shopkosten etc. pp. einfach auf dich zukommen und was alles am Ende des Tages davon abgeht. Und dann lass uns doch einfach mal direkt auf meinen Desktop springen und lass uns direkt das Praxisbeispiel anschauen. Angekommen hier auf meinen Desktop schauen wir uns jetzt einmal in dieser Ansicht die genauen Zahlen, Daten und auch Fakten an und schauen uns an, wie sich das Ergebnis hier resultiert. Also kurz am Anfang möchte ich einmal erwähnen, ich habe jetzt hier einen ganzen Tag ausgewählt. Das heißt, wenn ich mal ein bisschen nach oben scrolle, hier oben rechts siehst du zum Beispiel, dass ich jetzt hier in diesem Beispiel den 5.12.2021 habe und auch hier den 5.12.2021 eingestellt habe. Ich kann das auch gerne hier einmal so aktualisieren, einmal Apply oder einmal erst vielleicht einen anderen Tag, so zum Beispiel und dann jetzt als Beispiel diesen Tag nochmal anklicken, so zum Beispiel. Jetzt haben wir hier zum Beispiel mal den 5. ausgewählt, den 5. Dezember und wir haben jetzt hier als Beispiel, das ist jetzt ein einziger Shop, Wie du vielleicht weißt, haben wir ja eine Webseite entworfen, wo wir Referenzen und Resultate von unseren eigenen Online-Shops öffentlich zeigen und für jeden Online-Shop quasi haben wir hier immer eine eigene Ansicht, damit wir einfach einen besseren Überblick haben und bei diesem Beispiel ist es jetzt so, dass wir mit diesem Online-Shop hier insgesamt an diesem einzigen Tag jetzt als Beispiel mal 170 Bestellungen gemacht haben mit einem Umsatz von 7.476 Euro und am Ende des Tages eine Nettomarge von 1.409 Euro, was in etwa 19% abzüglich oder nachsteuer quasi ergibt, also 1.400 Euro Nettobetrag und 19% Nettomarge. So, und jetzt schauen wir uns einmal an, wie sich diese Marge überhaupt ergibt und woraus diese Marge besteht und wie sich das entwickelt. Also, zuerst einmal, hatte ich ja gerade gesagt, haben wir hier oben auf der linken Seite die Bestellanzahl, das heißt, wir haben jetzt hier 169 Bestellungen, dann haben wir hier einen Umsatz generiert von 7.476 Euro, dann haben wir daneben, das ist jetzt in diesem Case, die COGS, das bedeutet quasi Produktkosten in Höhe von 2.966 Euro und dann haben wir hier auf der rechten Seite nochmal die Discounts, das sind quasi Gutscheincodes, die als Beispiel eingelöst werden, zum Beispiel durch einen Epidoned Card Flow, also durch einen sogenannten abgebrochenen Warenkorb Flow in Höhe von 68 Euro, das wird dann quasi einmal abgezogen. Dann haben wir hier einmal Shippingkost von 4 Euro, nicht wundern, wir haben bei unseren Produkten, haben wir das so eingestellt, das kann man so oder so einstellen und zwar bieten wir bei uns im Onlineshop kostenfreien Versand an und berechnen unsere Versandkosten in den Produktpreis mit rein. Das heißt, dass unsere Versandpreise, die wir ja quasi offiziell haben, aber offiziell nicht nach außen auf die Webseite, auf den Onlineshop quasi halten, weil wir eben den kostenfreien Versand anbieten, sind in den Produktpreisen mit inbegriffen. Und das heißt, die Versandkosten stehen, sind in den Produktkosten mit einkalkuliert. Dann haben wir hier nochmal auf, gehen wir mal einen weiter runter, unter den Shippingkosten, diese Zahlen sind nicht so interessant, haben wir hier die Taxes, das sind jetzt in dem Fall 1.069 Euro. Das sind jetzt die Steuern, die anfallen, also die 19 Prozent, die anfallen, die wir abführen müssen an Umsatzsteuer. In diesen Taxes ist auch die IOSS-Steuer mit einberechnet, also die sogenannte Einfuhr-Umsatzsteuer, die allerdings nicht wirklich anfällt. Das sind vielleicht, wenn wir jetzt mal nur diese Summe nehmen, wird das etwas, ja, ich lasse mich schätzen, vielleicht 30 Euro oder sowas sein. Denn viel ist es nicht, denn eine Einfuhr-Umsatzsteuer fällt ja offiziell nicht an. Die fällt ja nur dann an, wenn wir in Länder verkaufen, die nicht an den sogenannten IOSS-Verfahren teilnehmen, wie zum Beispiel die Schweiz jetzt oder in Nicht-EU-Länder, die allerdings auch eine sogenannte Einfuhr-Umsatzsteuer-Grenze haben. Dann müssen wir rein theoretisch eine Einfuhr-Umsatzsteuer bezahlen und die ist hier ebenfalls mit eingerechnet. Fällt allerdings, wie gesagt, nicht wirklich an, gerade dann, wenn man im deutschsprachigen Raum verkauft, muss man keine Einfuhr-Umsatzsteuer bezahlen, wenn man seinen Sitz in Deutschland hat. Dann haben wir auf der rechten Seite daneben die Transaktionskosten, also die Transaktions-Fee, das sind jetzt hier 325 Euro. Also die Transaktionskosten setzen sich zusammen aus den Kosten, die wir generieren an Transaktionskosten. Das heißt, Shopify verlangt ja immer bei jeder Transaktion eine Zahlung. Das heißt, Shopify verdient ja nicht nur an dem Zahlungsplan, den du vereinbarst mit Shopify, zum Beispiel dem 29-Dollar-Plan, sondern auch an den Zahlungen. Das ist ja eigentlich so die Haupteinkommensquelle am Ende des Tages. Das heißt, hier wird es so berechnet, zum Beispiel Kreditkarten sind zum Beispiel 1,4% plus 25 Cent Aufschlag. Das heißt, pro Bestellung bekommt man dann hier oder bekommt der Anbieter 1,25% plus nochmal 25 Cent. Das sind dann vielleicht pro Bestellung, nehmen wir mal an, wir haben eine 20-Euro-Bestellung, ist das unter einem Euro, was da abgeht. Also deswegen ist dieser Betrag auch so niedrig, 325. Wenn wir uns allerdings das ganze Jahr mal anschauen, dann ist das schon ein betrachtlicher Betrag, der dabei rumkommt. Und nehmen wir mal an, du würdest jetzt jeden Tag 7000 Euro Umsatz generieren und müsstest jeden Tag 300 Euro Transaktionskosten bezahlen, dann ist das natürlich schon eine hohe Summe, sage ich mal. Diese Zahlen, diese Transaktionssummen sind leider nicht wirklich verhandelbar. Also man kann auf Seiten von Paypal relativ gut verhandeln. Bei Paypal ist es in der Regel so, Paypal fängt an mit 2,99% und sobald du bei Paypal ein gewisses Umsatzziel erreicht hast, als Beispiel 100.000 Euro, was relativ zügig erreicht ist, da 80% mit Paypal zahlen, wirst du automatisch in die nächste Kategorie. In dem Falle jetzt als Beispiel 2,3% eingestuft. Und das geht dann bis 0,9%, meine ich, bei Paypal zum Beispiel runter. Dann haben wir hier ganz rechts die sogenannten Refunds, das sind 23 Euro, also Erstattungen. Das war jetzt natürlich kein Werktag. Ich meine, das war jetzt ja hier der, was haben wir aufgewählt? Genau, wir haben ja hier den 5. ausgewählt. Das ist ja ein Sonntag gewesen, so wie wir sehen, also ziemlich frisch. Und da arbeiten wir offiziell nicht. Und da sind natürlich auch unsere Leute nicht da, die dann irgendwelche Erstattungen durchführen. Und auch Support wird natürlich an einem Sonntag jetzt bei unseren Online-Shops nicht garantiert. Von daher ist hier die Refundquote relativ gering mit 23 Euro. In der Regel haben wir so eine Refundquote von etwas mehr als 1%. Also das ist so eine Daumenquote, Rücksendungsquote von etwas mehr als 1%. Was wir mit den Rücksendungen machen, ist ein anderes Thema. So, dann haben wir hier in der Mitte ungefähr die sogenannten Recruent Customs Bands. Und wenn ich jetzt mal hier draufgehe, dann sehen wir auch relativ schnell, was das sind. Und zwar sind das die ganzen Umkosten, die wir in unserem Shop haben. So, ich habe jetzt hier, ich persönlich rechne immer ein bisschen schlechter als besser. Und zwar habe ich jetzt hier zum Beispiel, man sieht ja alles, was drin ist, aber nur mal, dass man das so ein bisschen versteht. Ganz oben ist zum Beispiel der Reiter Buchhaltung mit 10 Euro einkalkuliert. Das ist zum Beispiel die Kosten, die ich für die Buchhaltung habe, täglich, 10 Euro. Also ich mache die Buchhaltung ja nicht selber, sondern lasse die machen, so 30 mal 10. Das sind dann quasi die Kosten für die Buchhaltung, die ich im Monat habe. Für meine monatlichen, ja, BWA, sage ich mal. Da ist jetzt kein Jahresabschluss oder sowas mit einem berechnet, aber so 10 Euro täglich gehen. Dann wird hier quasi berechnet. Dann die No-Mains sind jetzt hier mit 0 Euro, weil wahrscheinlich am, das jetzt ein Sonntag war. In der Regel wird da sonst irgendwie 0,1 Cent oder sowas stehen, weil eine Domain, die kostet hier, glaube ich, 9,95 Euro. Und dann habe ich irgendwie 10 Stück oder sowas. Ja, dann habe ich noch diverse Software, ist 1 Euro am Tag, also 30 Euro im Monat. Dann haben wir noch Klavios, das ist E-Mail-Programm, Lux haben wir, Order Metrics. Also alle Sachen, sowas wie Tags-Do, dann hier Support. Support ist jetzt hier mit 3 Euro am Tag berechnet. Das ist quasi der Freelancer, der hier den Support macht, also 3 Euro am Tag. Ist das im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, den Shopify-Plan, also ziemlich wenig alles insgesamt, sind 41 Euro am Tag, die wir hier an Ausgaben, sage ich mal, haben. Wenn du jetzt allerdings frisch bist und einen frischen Online-Shop hast, dann sind diese Ausgaben bei dir deutlich, deutlich geringer und belaufen sich. Das habe ich mal durchgerechnet, denn in der Regel hast du am Anfang nur einen Shopify-Starterplan für 25 Euro, eine Domain für 4,95 Euro und ein Buchhaltungstool für 15 Euro. Viel mehr braucht man gar nicht, dann kommen wir auf 44,95 Euro, also sagen wir mal 45 Euro monatlich. Das heißt, du hast etwas mehr als 1,50 Euro hier in der Regel stehen, wenn du am Anfang bist. Wenn du jetzt natürlich schon etwas weiter bist und im Umsatzvolumen zwischen 2.000 und 10.000 Euro am Tag bist, dann kommst du hier unter 100 Euro, sage ich mal, gut mit aus. Also das ist in der Regel schon eine ordentliche, also eine sehr gute und durchschnittliche Summe. Aber wie gesagt, ist für den Anfang nicht wirklich relevant, da diese Summe am Anfang relativ gering ist. Die ist bei unter einem Euro am Tag oder etwas mehr als 1 Euro am Tag und von daher sehr, sehr, sehr überschaubar. So, als nächstes haben wir hier ganz unten links den Adspend. Der ist jetzt hier mit insgesamt 1.663 Euro. Wenn ich hier draufgehe, dann sieht man auch direkt, wo jetzt der Adspend am meisten gelaufen ist. Und zwar sehen wir jetzt hier zum Beispiel AdWords 180 Euro und Facebook Ads 1.484 Euro. Das heißt, wir haben auf Google 180 Euro ausgegeben und bei Facebook Ads haben wir 1.484 Euro ausgegeben. Das ist eine coole Aufschlussung, die man hat. Und dementsprechend sehe ich auch direkt, was hatte ich an diesem Tag jetzt nur für Adspend. Daraus resultiert sich dann, wenn wir jetzt den Umsatz nehmen und durch den Adspend teilen, der Adspend per Order, das sind dann 9,84 Euro, heißt wir haben 9,84 Euro für eine Bestellung auszugeben. Und daraus resultiert sich eine Nettomarge von 19% und daraus wiederum ein Nettoprofit von 1.409 Euro. Also 1.409 Euro an einem einzigen Tag, der am Ende des Tages netto übrig bleibt und nicht mehr versteuert werden muss von der Umsatzsteuer. Natürlich, auf diesen Betrag würde jetzt rein theoretisch deine, ja je nachdem, was du natürlich für eine Gesellschaft bist, bist du zum Beispiel eine Personengesellschaft, wie jetzt bei mir zum Beispiel, kommt natürlich da noch die Kapitalertragssteuer, Solidaritätssteuer und den ganzen Gedöns drauf. Also ein paar Sachen, die würden dann rein theoretisch nochmal heruntergehen. Aber rein faktisch gesehen ist das hier die Netto-Summe, die am Ende des Tages auf deinem Konto ist und wo keine Kosten mehr, die das Unternehmen betreffen, mehr von runtergehen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doch eine geile Summe, wenn man wirklich so viel Geld an einem Tag verdient. Würden wir das Ganze jetzt mal 30 rechnen, würden wir auf über 30.000 Euro Netto-Profit kommen, den du jeden Monat generierst. Und das Coole an dieser ganzen Sache ist, dass du selber nicht mal vor die Kamera gehen musst, dich kennt keiner dort draußen und du bist vollkommen für dich und führst einfach nur deinen eigenen Online-Shop. Und das ist doch eine extrem coole Sache. Und das Coole an diesem Tool ist einfach, dass du direkt jeden Tag einfach siehst, okay, wie sind deine Daten, wie sind deine Zahlen und so weiter und so fort. Und das sollte man natürlich immer alles im Griff haben. Natürlich, solche Tools kosten Geld. Am Anfang reicht auch eine einfache Excel-Liste, aber wenn man natürlich irgendwann in diesem Umsatzvolumen ist, so wie wir, wir machen so, bewegen so am Tag in unserem Online-Shop, so roundabout machen wir täglich um die 20.000 Euro Umsatz. Dann braucht man natürlich solche Tools, die dann dir am Ende des Tages auch genau vermitteln, okay, wie viel Netto-Profit hast du gemacht und so weiter und so fort. Diese Marge, die wir unten sehen, das ist jetzt hier 19%, die können wir natürlich noch erhöhen. Was wir jetzt hier an diesem Tag zum Beispiel nicht hatten, das sieht man ja ganz gut an den Discounts, da die relativ niedrig waren, ist zum Beispiel E-Mail-Marketing. Das heißt, wir hätten rein theoretisch an diesem Tag auch noch E-Mail-Marketing betreiben können und dadurch dann natürlich den Umsatz nochmal deutlich erhöhen können, da wir dadurch ja Bestandskunden und wiederkehrende Kunden wieder zurückholen. Und da, E-Mail-Marketing macht so in der Regel bei uns 30% des Umsatzes im gesamten Jahr aus, zwischen 20 und 30%. Und dementsprechend hätten wir hier die Marge bestimmt nochmal um 10% erhöhen können, denn gerade am Sonntag ist die Öffnungsrate bei E-Mails sehr, sehr, sehr hoch. Und von daher wird das hier in diesem Case auch definitiv Sinn ergeben. Wenn dir das ganze Thema gefällt und du dir auch deinen eigenen Online-Shop aufbauen willst und gerne auch solche Zahlen schreiben möchtest und an dieser Stelle möchte ich gleich nochmal erwähnen, das ist wirklich nichts Untypisches, solche Zahlen, das sind in der Regel ganz normale Zahlen, die jeder Online-Shop-Betreiber eigentlich erwirtschaftet, wenn er das natürlich richtig macht. Wir machen natürlich vieles richtig und unsere Teilnehmer dementsprechend auch, daher sind natürlich auch unsere Trainings so gut ausgestattet und unsere Teilnehmer so erfolgreich. Heißt, wenn du auch solche Zahlen für dich schreiben willst und solche Gewinne täglich generieren möchtest, dann bewirb dich jetzt auf ein kostenfreies Erstgespräch unter www.kevinhelfenstein.de und bewirb dich einfach mal für ein kostenfreies Erstberatungsgespräch und dann finden wir gemeinsam heraus, ob du auch wirklich in der Lage bist, einen solchen Online-Shop zu führen und ob das auch wirklich überhaupt das Richtige für dich ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal.